Das ist unser Einsteigermodell. Und zwar ist das für die Leute, Wanderer oder was weiß ich, die am Berg gehen und den Rucksack, das Instrument mitnehmen. Die hat nur drei Kilo, ist ganz leicht zu spielen und hat eine riesige Lautstärkung und ist auch relativ gut zu spielen. Also von Gewicht her ist optimal. Also man muss natürlich das selber ausprobieren. Ich meine, es gibt es ja gar nicht, dass aus deinem kleinen Kasten so gute Sachen rausgegeben. Und ich meine, einen lustigen Franz, der sich auch so ein Stück gerade hört. Letzten Wunderbar zu austesten dieses Instrument.